Willkommen bei einer neuen Runde Impuls gegen die Welt gab es schon lange nicht mehr und deswegen gehen wir heute mal auf und wir haben ein Hacker im Team, wurde gerade laut geschrien. Bei mir sind Virus, Hillbilly, Hallunk und der D da. Hallo. Guten Tag. Ich habe eine Smoke. Smoke hier vorne zu, Moment. Du wirst ihn nicht gehen. Jetzt sehen wir nichts mehr. Oben links steht Arno. Was? Hot, Arno, Low-App. Weiter ab. So, ich habe jetzt erstmal wieder so Impuls reingemacht. Ich muss das Spiel leiser machen, ey. Hält sich ja im Kopf nicht aus. Virus. Was denn? Ah, den kannst du behalten. Nehmen wir bei der anderen eine Smoke mit, wir gehen jetzt B. Vorne die, die, das Ding smoken und wir gehen über ein Band. Hat er da noch eine Smoke mit? Ja, ich glaube keiner. Oh Leute. Hab ich drauf. Gut. Lassen wir uns bitte smoken vorne und dann gehen wir über ein Band und rushen auf den Spot. Gut. Komm, go. Jawoll. Eben an der Kiste. Alter, du wirst ja voll Maß genommen. So, noch eine Ego. Da cheatet aber keiner, oder? Naja, der eine drückt ganz schön gut. Einer von den LND. Alter, wir spielen gegen Clan, wie unfair ist das denn? Jedes Mal die gleiche Scheiße. Boah, das, das heilt die nie aus. Was machen wir? Ja, A drauf. Wissen wir das mal, mal ein bisschen, ja wirklich drauf? Ja, oder wir warten ab, bis sie kommen. Ja, ein bisschen Waffen fischen, oder? Ich bin an der Dore. Machst schon die Dore auf? nein lass es dir schon zu jetzt kriegst du ja vor der mappe warte ich smoke euch da vorne mal moment ach deine smokes da sieht man nix naja und da kannst du aber raus machen ne so ist gut so auf geht's go 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 hinten der ist weg mann hangar noch hat aber nichts mehr hinten auto kommt hangar hat noch 16 hangar tot da steh jemand nehmt vier ne du damit kann ich nicht um wo ist denn hin versuche ich mal die erste runde aber abend werden wir die büßen geben das ist gut kann mich einer auf den roten wussten naja du bist doch eh so ein spartvorscher lass mal wieder ein bisschen pischee gehen ne die haben sich hier abgeschottet die pisser jota lunke ich bin im band jungs und ist da was wo oben oben ist weg ja dann drauf ne aber kommt von mitte auf jeden fall noch ich lege so in ach shit hab ihn oh mitte 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 ah hat mich hat mich hat mich ich guck oben ich steh unten ja warte mal dann geh ich rüber also oben plateau seh ich nicht ja ich guck vorne haupteingang alles klar er ist schon fort da ist er guck schön mit einer hand nach oben eine hand nach unten lichter schön da er ist ja ausgestattet als er laufen würde ja manche laufen auch noch wenn sie liegen wach nee quatsch so was machen wir ich brauch nochmal nen boost auf den roten ich will nicht oben ich will nicht oben geboostet werden ja der der erstes da ist naja sag ich ja danke dir da kommt was da kommen zwei alle die russischen ich muss weg ich muss weg ich hab keine energie naja zieh dich zurück zieh dich zurück ich bin noch frei aber was geht denn ab alter von links lol hab ich komm rein nein 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 am C-T-S-Torn ok ey meine Arbe meine Arbe am LKW 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 kommst du nicht mehr hin zu spät ah Lunker hat doch 10.000 oh ich hab 7.300 das reicht das reicht oh was hab ich schon jetzt nein nein stopp ooooh ich hab mich verkauft oh kommst du mit in die Mitte er hat zusätzlich erschießen da boost mich einer rechts hoch und virus mich über den roten das muss fix gehen das muss fix gehen ich flasche mal Mitte das Bombe habe ich nicht vergessen ja das ist schlecht dann geb ich sie dir mal warte mal hier also Mitte seh ich jetzt gerade nichts ne Mitte ist ganz schön ruhig finde ich virus guckst du weiter links ja ja schau ich dass ich nicht überrascht werde von da ich smoke mal dort das Ding was auch immer das ist diese Switch da das hast du schön geworfen die war exzellent ja aber weil ich's kann wa guck du mal hoch genau noch kommt nix die bleiben alle ziemlich def mhm da kommt einer noch mal Asport rechts in der Ecke mhm oh das sind 2 einer weg ah links ja 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 der K ah links ich dachte ja ich hab doch geguckt B ist voll oben warte ähm 2 over A B ist noch einer ja B ist einer ja B ist einer oh jetzt ist er gerade wunder gespungen der Arsch er ist hinten soo liegt komm am wenden geht def virus einfach def spielen virus hat nur noch 16 AP alex geht wenn er Zeit spielt das ist ruhig dann kill den eben wieder na läuft doch kaputt lass mich doch mal machen wenn der viel Geld hat wie der Virus leg mir jetzt mal ne AK bitte oder so ne SGG ne SGG oder ne AK weißt du wenn du so ne AVA hast dann musst du da immer massiv mal rein holzen weil die kriegen Angst wenn es so donnert BOOM 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 hehehe ich brauch nochmal ne roten ich brauch immer ja solange der rote hehehe man rote Junge kommt hier Virus hehehe komm zieh dich zurück oh von hinten T-spawn kacke jawoll T-spawn einer und mitte noch einer Uhr t-spawn einer und mitte noch folgen den T-spawn einer und mitte noch linke so dass nach Junge ganz ruhig das war so klar das war ich ganz dumm mit der Bombe in der Mitte jetzt kaufe ich mir auch nix er kann zugucken wie ich mir jetzt die granaten kaufe und damit die letzten 1000 verballern also Alunca hat das Geld Alunca hat das Geld könnt ihr mal Mitte bitte smoken einfach smokes übelst drüber hauen ich bin auch für Mitte, Mitte find ich gut wir müssen nur auf links aufpassen da kommt ja mal einer AWP steht ja ich kann nichts mich erwischt er und ich ihn rattert sie weg rattert sie weg wo ist er alter einer Low HP passt du auf hinten auf Hellbilly ne in dem Switch stand noch einer der hat Low HP, der hat 20 HP noch von hinten von hinten ah ne das ist Hellbilly bin ich bin ich bin ich bin ich warte mal leise hier war grad ein Sprung irgendwo so so ein Step Sprung bam ist er also ihr habt noch 37 Jungs so warte im Switch links Hallo Alunca sagt nichts mehr ja ich hab auch grad telefoniert ach so ich hab die ganze Zeit ohne Sound gespielt oh das ist scheiße ihr habt noch 21 Sekunden Jungs ich glaub Auto 5 4 3 raus pushen 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 10 sauber legen 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 der letzte kommt von Outdoor Hillbilly oder Mitte Auto bin ich der Meinung ne Auto ach egal hier bitte gerne ok ok nicht mehr tuff er kam vom Auto Herr Lonke ja Terrorists win sucht die ja so ist das ja so ist das wenn du da einmal gefangen bist ne dann ist es vorbei Virus ja oh schade Alunca was denn wie war dieser Schnorrer will ne AK will ne AK jetzt hab ich ja doch die SG alle 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 Mitte alle Mitte alle Mitte Alter willst du mich verarschen ist der EG Alter da kommen noch mehr Mitte kann auch sein dass einer jetzt über Wend gelaufen ist Dome geht A Dome geht A Dome geht A ne die kommen Tierspawm wieder Hinde alleine Lünchen ich bin ich bin hm ja das kann er kann mit diesem Druck umgehen ja das kann das ja das kann das 1 1 1 hm 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 Jetzt müsste ich den auch mal anstupsen hier Heilsarmee Ja, der geht auch nicht drauf Guck dir das Mann, der ist erst fünfmal gestorben Achso, machen wir einfach so weiter ohne Taktik Oder wie läuft's jetzt? Wie ist das hier alles komplett ohne Taktik? B ist komischerweise keiner Wieso, die stehen Def 100% Hast du eine Smoke mit? Nein, du mit deinen Smokes, Alter Ja, na Alter, da kannst du hier zusmoken, kannst rüberjumpen Weedkonsum Das war eine Afe Jo, da rennt noch einer hoch Oh, auf den Platz Auf den Platz Ach, komm Wurr, bitte Marihuana ist nix gut da Ah Ich muss in die Kiste nicht fallen Oh, nein, da lagst du Oh, keine Afe für Alex Wie ist durch die Kiste geflogen, eh Na, spiel ich halt mal keine Afe Spiele ich mal nach K Na, will ich nicht Hättest du dir aber kaufen können? Na, will ich nicht Na, dann nicht Da lächst mir aber Arsch Oh nein, wo war's jetzt eigentlich? Hier können wir auch mal wieder kommunizieren Na, hi Na, wie war euer Tag so? Also, ich vermute mal... Tür aufmachen, komm, Tür aufmachen, komm Oh, du Pisser In der Mitte Oh, warum will ich noch hinten? Ich loser Mit den rechts Hinten kommt da noch, hinten kommt da noch Hinten kommt da noch Der hat noch fast voller Fähler Der steht an der Kiste Rechts an der Kiste Rechts an der Kiste Äh Dieb glaub ich Das ist da aufpassen Blende erstmal Blende erstmal Oh, so wenig Ah Oh, mein Gott Ey, es ist gemein Bei Facebook ist doch gerade dieses Spiel, ne? Mit diesen... Mit diesen Walt Disney Figuren Ja, ja, ich bin Pumba Meine Mutter hat's gerade geliked Soll ich den alten von oben posten? Hahahaha 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 Oder ne, da gibt's doch noch... Was gibt's denn noch... Die Oma davon Irgend so ne Oma, die aussieht wie meine Mutter Kannst du auch irgendeine Hexe nehmen Alter, sei nicht so... Hahahaha Du mag's mal, Mutter Natürlich Ich muss mich auflegen Habe Mitte Wo sind wir raus? Die Oma hat's geschummt Du raus Du raus Penna Ich post mal kurz die Alte von oben oder ist eine glaub von hinten kommt was ich bin es war noch drauf ach so ich hatte die bombe ja auch was oben auf dem plateau bei b Peter 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 Machst du cannon, Nate? Ja Oh, das war aber arschknöpp, Junge Wendchen Wendchen Ich hab immer noch nicht das Bild Awe, wer will Awe Icke Wie auf dem Markt Awe, wer will Awe Ich mach ne Ico Könnt ihr dir da auch ne AK kaufen Ico 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 Inuit Ico Ico Nicht mein Skin Ich bin hier flasht In der Mitte nur eine Smoke, keine Leute Achtes Mensch, steht mir nicht in den Rücken Hier ist einer durch Nein Nein, in der Mitte steht einer Scheiße Bitte, bitte mal Ruhe Mitte kommt A2 Wo ist er denn? Groben Und A2 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 A3 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 Ich mach jetzt hier mal ein bisschen Stress, gell? Ich tapp jetzt hier mal ein bisschen Druck Hallo, komm zu mir Komm auf Arsch, komm auf Arsch, komm Ich weiß nicht, ob es kann sein, dass der Tana hinter dir kommt Guck mal lieber Komm mit in, mit in Angehast Ist das der letzte? Ja, zeigt euch nicht Bumst ihn Schön In den Arsch Jetzt ist mein Handy tot Ich glaub seit drei Monaten hab ich's nicht geschafft, dass der Akku meines Handys stirbt Und jetzt stirbt er einfach Was soll denn das? Ich krieg den Back kaputt Was? Ein Backup Wie lange hat dein Akku gehalten? Was? Seit zwei Monaten, ja war ein Nokia 3310 Aber ist immer so schwer da die Facebook-Seiten mit aufzumachen Da fängst du heute an zu laden und morgen ist auf Ja Im Ende kommen was durch B einer weg Lasst euch bitte jetzt nicht Mitte wiederholen. Ähm. Alter willst du mich verarschen? Ich denke, dass du das verstehst. Zummer. Bombe liegt. Kommt da noch jemand. Da kommt er. Scheiße. Ja. Flashbang. Oh, jetzt kommt sie Mitte durch. Ja komm, lauf. Nein. Scheiße, wo ist der Typ hin? Komm, komm, komm. Go, go, go. Nein doch da. Fuck. Unten an B, da kommt jetzt mit A. Ähm, Mitte kommt da noch. Ich glaube, Hangar hat gesteppt. Bin mir auch nicht sicher. Äh, AWP auch noch. Ja, da lass ich kommen. Ja, ist gut uncrackt. Ah, sind alles reich hier. Ruhe. Bombe direkt an B. Jawohl. Wo lag denn die Bombe überhaupt? Oh, die lag richtig beschissen lag die. Ja, die lag, ja, die in der Ecke. Das war nix gut. Das war Hörmo. Letzte Runde. Was? Alles kaufen. Ja, letzte Runde für hier, oder nicht? Hab ich mich verzeiht? Ah, ne, vorletzte. Ne, doch, letzte. Ach, irgendwas. Bist du jetzt sicher? Rein oder raus? Ah, weiß ich nie so genau. Ich kann mich ja nicht so... Also mach mal jetzt erstmal ein 10-5 bitte. Mach's auf! Ach so? Rutscht mich da nach rechts hoch. Mähen wir einfach. Ja, den Herrschwitterer. Ah, da Lunke. Hallo, Lunke, komm! Warte, warte! Danke, Fein. Wir sind ja noch hoch. Darfst du das jetzt mal? Nö. Die Hopfzucker haben da rum. Warte! Warte! Versuch von hinten aufzuräumen. Schmeiß meine Nade hinten noch in die Ecke, bitte! Gut, wir... Da ist auch noch einer. Links am... Er wird aber wieder nicht verorschen. Auto ist auch noch einer. Schweren wir aber auch noch einer. Oha, Virus, die Reflexe immer. Ich wollte den eigentlich messern. Ich habe glaube ich noch nie in einem Video gemessert. Gemessert? Gemessert. Kannst du hier die Biddy probieren. Ja. Die muss ich auch mal zeigen hier. Sieben Abschüsse. Mehr habe ich mit denen. So, hier Jungs gell. Ich geh A. Ich geh A. Ich geh mit A. Ich geh mit A. Ich geh mit A. Warum mach ich mit A? Wir haben... Let's go people! Mitte ist so eine Assi-Position. Ja, ja. Ist kein ohne Futter. Ja. Und du bist der einzig, der aussieht. Verleih. Operation menschliche Schutzschild. Alarm. Hangar läuft. Hangar läuft. Hangar läuft. Hangar läuft. Ja, das wird ein A. Boah. Fuck. Bombe ist down Jungs gell. Der Rote. Das war Meiner. 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 Meiner. Wie gehst du mit meiner Waffe um, Virus? Was soll das? Bisschen mehr Respekt. Meise weg. Meise weg. Meise weg. Natürlich kaufe ich. Nur Assis kaufen nicht, wenn sie die erste Runde gewinnen. Ich kaufe nicht. Na siehste Assis. Das Geld muss raus. Was ist das? Genau, dass wir dann in der zweiten Runde, wenn wir die jetzt losen. Äh. Noch mal. Hier kommen schon Granaten auf B. Das weiß ich. Du? Ruhe bitte. Flasch B, B, B. Verschiebe mal. Ne, die rennen auch in der Mitte rum. Da waren grad Steps. Achso, Lila auch. Palünkchen. Windraum, Windraum. Boah, die sind alle noch vor B. Stehst du? Ja, Kundeburg. Ach, ich bin der Kundeburg. Ach. Aber Windraum, Windraum ist noch einer. Gut, nichts hat. So. Palunkchen haben zu kleinen Handy gedrückt. Wir haben wahrscheinlich verschieben. Wartung, der ist jetzt auf jeden Fall bewaffnet, ne? Der mich gekillt hat. Hm? Ah. Pfff. Der Fug, geh aus. Oh. Da ist sie. Ach. Alter Livus, da war einer. Ja, ich hab's auch grad gesehen. Leise, leise. Leise, leise zum Roten. Oh. 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 Der andere ist AFP. Der ist mittlerweile da. Dev, Dev, hast'n Dev-Kit? Die für die nächste Baum. Zieh's durch, zieh's durch, Digga. Pssst. Der andere schleicht dann mal her. Äh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Schade, schade. Nein! Nein! So Jungs, und jetzt haben wir nämlich keinen Geld. Nein! Ne, brauchen wir auch nicht. Wir haben ja Skill. Oh, ja. Ja. Wir haben doch Skill. Ja, alle bis auf du ist ja okay, aber. Was? Was? Wir hätten da voll gekauft. Der Hilly schmeißt wieder alles raus. Haie. Wenn der Geld hat, feuert der alles raus. Geist drauf. Dein richtigen Leben auch. Geist drauf. Wenn's der gute ist. Mit der Smoke, mit der Flash. Ah, die sind schon wieder auf B. Ich komme wieder in der B. Zwei? Ja, aber das ist nämlich noch in der Mitte. Äh. Ach, shit. Zwei sind da noch. Zwei sind da noch. Bombe ist B. Falsche Ansagen hier. Einer Wendler. Zwei Wendler. Zwei Wendler. Zwei Wendler. Zwei Wendler. Ob ist's denn nicht verreckt? Ich kann mit diesen falschen Ansagen nicht arbeiten. Das ist ja die Hührendte. Ja, ehrlich mal. Wenn da Zwei auf B sind, dann brauchen wir ja noch nicht Switch. Ja, die Bombe war aber B. Die rennen ja meistens oder weg, da? Ja, was ist mir Echo oder was? Wegen wir können wir kaufen. Wie geht die Arme schlafen? Ja, dann kaufen wir doch. Ach, hier Assi Waffen. Assi Waffen bin ich immer dafür. Assi Waffen. mit der smoke, mit der flash, ich bin komplett zu besmoken ne ich hab die MOVA einer weg, noch einer ja genau verschiebt mal B mein aimbot greift der Alter, warum stirbt denn die nicht? wo sind die denn? in der Mitte, die Bombe rennt zu A ne die rennt wieder zurück in die Mitte einer ist noch auf A einer ist noch auf A mit der Bombe, Mitte die gehen hundertprozentig A weil einer ist noch auf A Spot drauf zurück, jetzt kannst du auf A A A A nur der Max A Mann du ich hab dich so gut abgedrückt Alter, warum hat der denn schon wieder 6000 bilder? der ist verarschen wenn ich ne ECO gemacht hab achso ein cheat also jetzt keine ECO, oder ECO jetzt? ähm ne ne, keine ECO eigentlich, oder? ne, muss nicht, aber dann sollten wir uns jetzt entscheiden 3 2 ne, dann mach mal boah sorry ja, was? was jetzt? da da wir sind ja jetzt schon in Riegel drauf ich warte jetzt mal ein bisschen Alter, die smoke mich immer mit dazu ich sehe dich hier wird geflasht hier hat was Wallach gehabt hinten wer hat in die smoke geworfen? ach du bitch tch tch grenade out bombe liegt bombe liegt bombe lag nicht gesehen sondern wo vorm Schacht du, Wendraum, Wendraum Wendraum rechts von dir Virus kommt auch noch achso, ah der ist weg bombe liegt ja noch Wend habt ihr alle ne, ich bin jetzt im Wend nicht schießen da kommt von hinten Jungs der wird wahrscheinlich plateau hoch gegangen sein oder auch nicht, der kommt der kommt der kommt, zieht die unten halt der kommt lass ihn doch kommen jetzt geht er wieder hoch die bombe liegt, ist doch egal komm mal der weiß genau wo du sitzt alter ne der hat achso da willst du mich fahren, du hast grad mit P90 gegen der ja ich spiel lieber mit der P90 als mit der AK ok ich mache braucht einer ja schmeiß her irgendwas egal was Messer, gib ihm Messer Wasser kann man nicht wegschmeißen nur mal so oh ja wow Granaten kann ich dir auch entgegenschmeißen nur die kannst du halt nicht aufnehmen Wurfmesser wäre er nicht mehr zu nehmen ja Spoke Hangar stepped mittelhangar oder rin na da wo du stehst da wo du stehst ähm die haben sich hier hoch gepusht hier links oh hier rennt was Herr Lünchen da hat einer geguckt nein einer noch Mitte oben auf dem Glitch bei Hangar Alex Mitte geht rinnt also ist hinten runtergesprungen komm raus komm wir da auch warte die kommen von Mitte naja schön muss sie nicht ach doch ich hab da mein Schutzschild die Smoke ist jetzt hoch steh ich nicht ne die die Stapler nein Mitte Mitte der letzte ach komm warum hilfst du ihm nicht Kopfhöhle leise ich wusste dass der weiß wo ich bin echo äh ok oh dann bin ich glücklich wir müssen doch nur vier Runden machen das kriegen wir noch hin die zu versauen die zerlegen wir jetzt bis zum Gipno die zu versauen äh äh Mitte kam Flash Angar stepped jo das hör ich auch ich geh mal in das Auto Alunke guck mal auf die Tür jo da ist einer Alunke Mitte durch Mitte durch oben am Wend lass die mich jetzt hier Mitte ist durch das ist ne Awe schön weg Awe Awe liegt die Awe aber 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 ziemlich weit links Awe ist auf B noch Bombe ist hier A kommt CT spawn jetzt hat er die Awe Illy gibm Alex die A zuletzt war B ne Bombe A down Bombe A down Illy geht auf A Bombe ist A down Auto meins Auto dann geh ich mal Gabelstapler hinten hab ich nicht so jetzt gesehen ne Hilly ist hinten am Auto da ist keiner ja komm doch 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 warte mal der steht mit denen im Swish ja Schöne Ding danke da war schön im Flug ja war er hat mir fein von der Eko ja war es nicht gut und nicht schlecht ne kann man mal machen ne willst du jetzt vielleicht mit Awe Mitte machen oder mach ich ne mach ich mach ich okay dann gehst du bitte beim Halunken mit und er mag es ganz doll wenn du links die Pobacke streichelst wenn er okay jetzt mal warte da ist er ooooh sooooh oh shit das wurde falsch ich würde hier hinten stehen bleiben Halunken ist das ok ja mach mal gut Mitte nix ich guck offen Mitte einer B B B B B wir gehen wir gehen ja ja drei vier Schusser mitte kommt Oooo ich fresse ich fresse ich fresse ich fresse In der Mitte ist einer, Jungs. Habt ihr den in der Mitte? Ja, stimmt. Mann, Mann, Mann. Hier ist alles ready. Ja, ne, 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 von vorne war noch was. Ist weg. Mit dem muss irgendwas noch sagen. Aber guck mal hier hinten bitte mit, ja. Pass auf, ihr könnt im Switch irgendwie. Ich gucke. Wo hast denn den wohl? Hier auf A, beide. Ach so. Die kamen beide Richtung der weißen Karre geschlichen. Mitte war echt voll eklig, ey. Die haben mit AK-Schüssen mir so übel zugesetzt. Hab ich an deinen HP gesehen. Ja, ganze Switch haben sie kaputt geschossen. Let's go, let's go. Ja, was machst du denn? Ja, ich hab mich nicht gewehrt, ich hatte Angst. Du musst den dann einfach mal durch eine Wand schließen und sie dann übelst killen. Da kommt ganz viel oben über den, über, ne, wo man, wo man die Leute halt hochhebt. Hä? Alter, stopp. Jo, einer ist oben drauf. In der Mitte. Ist die Todmitte? Ja, hab ich doch. Hast du nicht gesehen, die Todesmeldung? Wohin bitte. Wohin. Kommt auf B, kommt auf B. Dann hab ich. Komm mal, Unge. Blaue Tür. Ah, da ist noch einer. Ich guck Hangar, ich guck Hangar. Oh, hab ich auch. Ich komm ein Stück vor. Guckst du Hangar? Ich mach hier beides gerade. Guter, ich guck Tür. Guckst du? Nee. Liegt die Bombe irgendwo? Nein. Mh-mh. Ah, der kommt von Mitte. Die Bombe wird da an. Ich seh nicht, hier ist der Smoke. Was ist die Bombe? Letzte. Das ist mein Mino. Schön gemacht. Letzte Runde, wenn wir alles richtig machen. Deswegen hast du auch einen Assist, weil das deine ist, ne? AWP? Ja. Hast du einen oder was? Nein. Nehm ich. Oh nein, ich konnte mir keine Brandleisten. Du kannst hier keine Brandleisten mehr. Ich fiel dran ab mit der Queule. Ich weiß. Ich würde sie hinten wieder von, von Death machen und so. Okay, das war's mit meiner AWO. Kacke. Mitte hab ich drei gesehen. Mein Junge, das ist ein AWO, gell. Ah, im Karl da draußen. Im Karl da draußen. Oh, Hangar, weiter. Oh, shit. Boah. Wie ist denn sie? AWP kommt CT spawn. AWP stand da hinten. Ähm, ähm. Ach, da wollte die mich verrauchen. Hey, haben die sich jetzt alle nur AWO gekauft? Irgendwie ja, ich brauch nen Autotacker. Das war keine AWO. Ne, das war Dings hier, Scout. Ja, aber... Ja, aber... Aber hatten wir gleich 70 mit einem Schuss gedrückt. Ja, wir sind still in den Schädel. Ähm, ja, die sind ziemlich gut in einen Schädel drücken, ja. Schädel bist du sofort One-Shot. Nicht mit einer Scout unbedingt, wenn du einen Helm hast. Doch, mit einer Scout bist du mit dem Schädel definitiv vorne nicht. Dann wär's ja auch ein Hatter gewesen. Ich smoke mal mit dem, oder? Der hat sich hochgeglitscht da. Oh, Mensch. Immer noch der Typ da oben drauf, ja. Blaue Tür. Komm mal. Wehe keiner an der blauen Tür. Ah, f*** ich. Geh da oben drauf, ne? Bitte Ruhe. Deploying, flashbang. Komm mal ausm Hangar. Ja. Bei, Jungs. Die Scheiß-Bombe hat umgedreht. Bitte Ruhe. Bitte Ruhe. Virus. Los. Ich bräuchte mal hier Hilfe. Der letzte war Hangar. Bombe Mitte. Warte. Der steppt im Hangar rum. LND, Team. Oh, er kommt. Mit dem. Ja? Mhm. Komme. Ich komme. 18 Sekunden. Virus. Ja, dann bleib weg. Ich seh ihn. Schön. Schön. Nice work. Ah, Alex hat wieder... Alter, willst du mich verarsen? Was denn? Kriegst du doch ne Phoenix-Kiste. Ich spiel doch gar nicht so oft. Ja, eben. Ja. Dafür wird man belohnt. Alter, die Doppel-AK war die schlechteste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So meine Lebensfreunde, das war mal wieder eine abgefahrene Runde CSGO Impuls gegen die Welt. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Dritter Stern. Juhu. Dritter Stern. Hau rein und bis denne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.